Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanze. Ich musste gerade schmunzeln. Ich habe mir das mal angeguckt hier, wer das noch kennt, hat mir zugeschickt bekommen damals auch mal. Ja, ich muss sagen, Wurzeln bilden sich nicht, aber er ist tatsächlich am wachsen. Joa, mal abwarten, was mit dem Schätzchen im Laufe der Zeit hier noch geschieht. Wir machen heute Pflanzen-Klimbim, denn es gibt einige Sachen, die ich hier zusammen packe, wie gesagt Klimbim, damit ich da so ein bisschen oder wir gemeinsam ein bisschen die ganze Situation der Pflanzen verfolgen können und was sich gegebenenfalls verändern wird oder was halt von damals immer noch so da ist, so wie diese Peperomia Raindrop. Wer sich daran erinnert, hier haben wir ja damals durch Blattstücke tatsächlich diesen Versuch gemacht hier, um sie zu vermehren, hat ja genialst geklappt. Dadurch ist übrigens auch unsere Variegata-Form entsprungen damals. Ja, nach wie vor steht das Ganze hier im Wasser, also im Anstau im Prinzip. Allerdings warte ich immer, bis es verbraucht ist und dann gieße ich tatsächlich nach. Ist auch schon mal vorgekommen, dass es mal ein, zwei Tage trocken stand tatsächlich. Aber nach wie vor funktioniert das genialst hier drin. Das Umpflanze ist dann jetzt nicht ganz so einfach, ist aber nicht so schlimm, denn ich kann sie einfach weiter wachsen lassen und wenn ich jetzt eine neue Pflanze haben möchte, schneide ich mir einfach den Kopf ab, lasse den Wurzelnpflanzen ein und da habe ich eine fertige Pflanze. Das ist eine richtig interessante Sache, dass es tatsächlich auch in dieser Schale nach wie vor wunderbar funktioniert und tatsächlich sie gut aussehen, also richtig gesund. Hier mache ich sie auch Pi mal Daumen. 4 bis 500 Mikrosiemens, zwischendurch mal reines Wasser. Wollen wir mal gucken, was heute drin ist. Ich habe heute Morgen gegossen bei circa 500. Wir haben drin, ja, 2200 Mikrosiemens und wir sehen, den Pflanzen geht es richtig gut. Das nehmen wir einfach so jetzt mit, weiß Bescheid. Ja, so ist das manchmal, ne? So, pass auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt an und schauen uns das eine nach dem anderen an. Ich würde sagen, wir fangen, ja, ich weiß gar nicht. Komm, ich fange an und dann sehen wir, was jetzt kommt. Besser ist das, bevor man irgendwas sagt und dann plötzlich, 10 Sekunden später, hat man wieder eine ganz andere Idee in dem Sinne. So, schaut das jetzt aus hier. Also richtig genial jetzt, ne? 2200 Mikrosiemens. Joa, ich würde sagen, das sieht gut aus. Let's start it. Frangipani, unsere Plumeria. Drei verschiedene Sorten. Nach wie vor ist nur eine Sorte richtig gut am Wachsen. Das ist schon interessant auch mitzunehmen. Ähm, dass das tatsächlich so gegeben ist. Das ist die Kaomalie hier. Ähm, ja, also die wächst richtig gut, muss ich sagen. Ähm, ich werde sie heute auch vereinzeln. Ähm, und die anderen beiden Sorten, ja, die drucksten so vor sich hin. Da ist jetzt also nicht wirklich viel zu sehen. Hier ist immer noch der Samen drauf. Ich versuche, ihn mal abzuziehen. Ja, ich versuche, versuche, ganz vorsichtig. Oh, das hängt aber fest. Der hängt aber richtig fest. Pass mal auf. Ganz vorsichtig. Immer von der Seite. So, joa, das war es auch schon. Ne. Guck, ich lasse nur dran. Was ich machen werde, ich werde ihn gleich einsprühen. Äh, das mal ein bisschen feucht machen. Mal gucken, ob ich die Tüte dann da abkriege. Ich drehe das mal so ein bisschen, dass man das sehen kann. Ne, der hängt da also richtig fest drin. Ja, okay, das kurz dazu. Und das Schätzchen hier, ja, das krabbelt auch so ganz langsam aus seiner Hülle heraus. Also, es ist interessant mitzunehmen, wie unterschiedlich die Samen tatsächlich, und die Sorten in dem Sinne, keimen. Ne, das ist also, ja, jetzt so bei uns halt gegeben. Es geht los. Ich habe übrigens gerade nachgemessen. Ich habe hier 500 reingegossen. Wir haben tatsächlich 600 drin. Also, die habe ich auch gedüngt mittlerweile schon. Aber nicht so oft. Immer nur zwischendurch in dem Sinne, ne. In der Regel mit reinem Wasser und zwischendurch dann dementsprechend mit 500. Und wir sehen, sie haben wunderschönes, kräftiges Grün ausgebildet. Also, das ist soweit schon mal richtig okay. Den kleinen hatten wir ja vor kurzem schon mal raus. Er hat ja ganz wenig Wurzeln. Das wissen wir schon. Und ich denke, bei dem großen wird es auch nicht viel mehr sein. Ja, aber immerhin. Es sieht gut aus. Er sieht gut aus. Ich lege mal vorsichtig hin hier. So, auf dich buddeln wir dann auch gleich wieder ein hier. Das mache ich mal kurz hier drauf direkt. Der bleibt ja noch ein bisschen hier drin. Also, Sie sehen, vier Wurzeln machen die jetzt nicht, ne. Das ist gut mitzunehmen, zu bissen in dem Sinne erstmal. Okay. Was ist das? Oh, pass auf. Ganz vorsichtig hier. So. Die stelle ich erstmal hier drauf. Und ein bisschen nass machen auf jeden Fall. Damit wir die Wurzeln nicht abtrocknen. Ich gieße einen ganz kleinen Schluck hier drüber. So. Das reicht aus. In der Untersetzer steht voll. Da saugt das Wasser auch nach oben dann jetzt. Okay. Dann kommen wir jetzt zu dem Schätzchen hier. Und pflanzen ihn dann direkt in einen Topf, wo er dann erstmal eine Zeit lang dann weiter wachsen darf. Guck mal hier. So. Also, wir sehen, ist cool. Richtig quietschegrün. Aber wie gesagt, das ist abhängig von den Sorten auch tatsächlich, ne. Oder vielleicht liegt es an der Qualität der Samen. Auch durchaus denkbar. Aber wir nehmen das jetzt so mit, wie es halt gegeben ist. Ich würde sagen, wir pflanzen ihn auch kleine Stückchen tiefer. Ungefähr so anderthalb Zentimeter. Ja. Was heißt, anderthalb Zentimeter. Ein bis zwei Zentimeter, sagen wir mal so, ne. So. Dann steht auch stabiler gleich hier drin. Und auch hier, ganz klarer Fall, werden wir das Ganze durchspülen. Mit Nährstoffen hier bei 500 Mikrosiemer circa. Pi mal Daumen. Vier bis fünfhundert sagen wir immer noch, ne. So. Einmal durchspülen. Und somit haben wir das Ganze jetzt tatsächlich weiter vorbereitet. Und können dann beobachten, wie die Frangipani sich hier weiterentwickeln wird. Siehste wohl. War doch gar nicht so schwierig, ne. So. Dann setzt ihr das Etikett wieder bei. Gestartet haben wir das Ganze am 19.01.21. Am 23.01. war die Keimung damals gewesen. Ich hänge es mal hier rein. Vielleicht kann man es ja lesen. Ja. Okay. Also. Haben wir sie beide versorgt. Was machen wir jetzt? Ach so. Pass auf. Das wollte ich eben ganz kurz nochmal nachmessen hier bei der Raindrop. Bei der Raindrop. Raindrop. Was haben wir hier drin? 850 Mikrosiemens. Auch hier läuft das tatsächlich richtig gut. Das war die Vermehrung durch ein Blatt damals gewesen. Die hat ja heftig viele, viele kleine Pflanzen. Die bekommen wir so schnell kennen, ne. Sollten wir auch mal umtopfen. Sollten wir mal machen. Pass mal auf. Das machen wir jetzt auch. Das machen wir auch. Warte mal. Wir haben hier unten wieder Perlit mit reingemacht. Im Prinzip als Drainageschicht. Und vor allen Dingen, wir gehen davon aus, dass das für die Wurzeln besser ist. Das ist aber noch ein Test. Nach wie vor. In der Anzucht für Stecklinge, richtig coole Sachen. Oder auch für Jungpflanzen. Wollen wir mal gucken, wie wir damit weitermachen. Moment, jetzt habe ich ja den Untersetzer. Hier, pass mal auf. Jetzt hätte ich einfach fast so angefangen hier. So, der darf ruhig dreckig sein. Das spielt keine Rolle. Und dann wollen wir das jetzt mal raus. Das wird wahrscheinlich alles recht wackelig sein dann. Weil die Pflänzchen ja oben aufstehen. Das ist nun mal so gegeben. So, drücken wir das Ganze mal und ziehen vorsichtig. So, perfekt. Okay, jetzt halte ich das Ganze, Gewürstel einfach hier rein. Wenn die jetzt mal ein paar Blätter abbrechen oder wie auch immer, das spielt keine Rolle. Das ist nicht so wichtig. Wir gucken, dass das Ganze jetzt ungefähr, ja, durchaus so zwei Zentimeter tiefer kriegen. Damit die Pflänzchen später etwas stabiler stehen. Auch am nächsten Umtopfen werden wir das dann wieder machen, dass wir das Ganze dann wieder etwas tiefer einpflanzen. Denn in der Regel stehen sie recht wackelig. Wie gesagt, sie sind ja oben aufgewachsen im Prinzip auf dem Substrat. Das ist von daher schon wichtig, dass wir sie jetzt tiefer bringen. Wie gesagt, wenn da jetzt ein Blättchen abknickt oder so, das spielt keine Rolle. Das ist nicht so wichtig. Da sind die nämlich ein bisschen empfindlich. Die brechen recht schnell. So, mal gucken. Da kommt jetzt ein Blatt mit in die Erde. Wenn jetzt mal eins drin ist, weiß ich Bescheid, ne? Okay. Aber wir achten doch schon drauf. Dass das hier ordentlich funktioniert. Abläuft in dem Sinne. So, einmal drehen das Ganze. Wir sind ja schon fast fertig. Siehst du wohl. Ja, manches geht ganz einfach, ne? Vor allem mit diesem Substrat. Mit dem Mineralsubstrat, ne? Der mir jetzt mit Erde hier rumhampeln muss. Ey, das wäre jetzt aber auch das... Ja, das wäre nicht so einfach dann, ne? So kannst du schön das Substrat reinlaufen lassen. Rieseln, fließen, wie auch immer. Siehst du wohl. Guck mal, so schnell geht das. So. Was gießen und düngen wir jetzt? Weißt du, ne? Ich habe die Gießkanne ja in der Hand. Ja, genau. Bei circa 1000. Mikro sieben wir es tatsächlich. Aber auch hier müssen wir das durchspülen. Ich muss gleich mal einen anderen Untersetzer nehmen und ein anderes Behältnis, wo ich das mache. Denn hier ist jetzt noch ein bisschen wenig, was ich hier reinlaufen lassen kann in den Untersetzer. So, erst mal kurz angegossen. Dann mache ich das jetzt auch noch kurz. Just for fun. Einmal hier. Komm mal her. Das müsste doch passen hier. Das dürfte doch passen. Ja, siehst du wohl. Wunderbar. Kannst das jetzt noch sehen? Ja, guck mal. Passt sogar von der Einstellung her. So, dich muss ich jetzt einmal kurz hier reinstellen. Sonst habe ich nämlich keinen Platz mehr. So, und jetzt spülen wir das Ganze wieder durch, wie wir es gewohnt sind. Das ist schon ganz wichtig, damit wir gegebenenfalls, falls irgendwas drin sein sollte, was die Pflanzen nicht mögen, dann auch schon mal mild rausgespült wird. Siehst du wohl. Wunderbar. Hat doch genial, als ihr klappt. Siehst du wohl, ne? Manchmal klappt es ja auch auf Anhieb. So. Kaffeepause. Geht gleich weiter. Ganz wichtig jetzt zum Schluss diese Aktion hier bei der Frangipani. Wir haben ja gesehen, sie hat nicht viele Wurzeln. Wir haben sie gedüngt bei 500 circa. Wir dürfen aber jetzt nicht jedes Mal 500 reingeben. Die nächsten zwei Male rein das Wasser und dann wieder mit 500. Kannst du bald so halten wie bei Zimmerpflanzen, in dem Sinne auch, die jetzt im Dummerde stehen. Denn, wie gesagt, wir haben ja viel Substrat und wenig Wurzel. Das heißt, die Wurzeln müssen da ja erstmal hinwachsen, um die Nährstoffe zu holen. Und da, wo sie nicht hinwachsen, können sie die Nährstoffe nicht holen. Das heißt, sie bleiben drin. Ganz wichtig zu wissen. Genauso wie hier bei unserer Peperomia Raindrop jetzt. Genau das Gleiche. Wir haben sie bei 1000 gedüngt jetzt. Das ist okay. Die nächsten zwei Male tatsächlich entweder mit reinem Wasser oder mit 500. Auf der sicheren Seite bist du mit 500. Das ist schon ganz klar. Gegebenenfalls einfach Untersetzer nachmessen. Was drin gegeben ist dann nach dem Gießen. Das ist dann natürlich nochmal eine Hausnummer einfacher in dem Sinne. Aber wenn man das nicht kann, dann sollte man das... Ja, im Prinzip kannst du schon so sagen, wie ich vorhin sagte. Sagen, sagen. Sagt er, dass er was sagt. Okay. Also, nicht zu viel Düngen. Nicht ständig mit der vollen Dosis Düngen, sondern ab und zu... Nicht ab und zu, sondern jedes zweite und dritte Mal im Prinzip dann mit reinem Wasser. Dann bist du auf der sicheren Seite. Und dann danach wieder mit 1000 tatsächlich hier bei der Peperomia Raindrop dementsprechend reagieren. So, jetzt kommen wir zu dem Schätzchen hier. Unsere Variegata-Form. Die aus einer grünen Pflanze entstanden ist. Das ist übrigens Geschwisterchen von der, die wir vorhin in den Schalen gesehen haben. Da hat sich das damals so gezeichnet, haben wir sie rausgeholt und weiter kultiviert. Und das hat genial geklappt. Steht auch schon in der Vermehrung. Sie bekommt ein neues Blatt. Da schauen wir uns jetzt an, dass sie richtig gut aus. Und auch hier muss ich einmal kurz messen, was Tatsache gegeben ist. Denn auch hier gieße ich und dünge ich Pi mal Daumen bei 400 bis 500. Ab und zu aber auch mit reinem Wasser. Jetzt haben wir aber schon gesehen, tatsächlich, dass die Peperomia mehr vertragen. Das heißt, da würde ich aber ständig mehr geben dürfen. Weil es, weißt du, wird ja mehr, mehr, mehr und mehr. Und dann ist irgendwann zu viel. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also da ist man echt auf der sicheren Seite, wenn man einmal kräftig düngt in dem Sinne. Und dann gegebenenfalls zweite, dritte Mal mit reinem Wasser und dann wieder kräftig düngt. So, wir sind hier bei knapp 600 Mikrosiemens. Das ist also okay. Da brauche ich jetzt also keine Bange haben. Sie wird auch schon mehr Wurzeln jetzt gemacht haben. Sie steht ja schon einige Zeit hier drin. Und dementsprechend verbraucht sie auch mehr, weil die Wurzeln ja in dem Sinne schon fast überall sind. Von daher ist das soweit ganz okay. So, und schauen wir uns jetzt mal kurz das Blättchen an. Auf Instagram hatte ich gestern gezeigt, die Mama. Oh, ja, die Mama. Oh, die Mama. Oh, 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 ja. Okay, das müssen wir gleich auch noch machen. Die Mama werden wir heute umtopfen, denn die hat ein paar Probleme. Das ist jetzt das neue Blatt von der Variatorform. Es wird tatsächlich auch wieder schön variiert in dem Sinne. Das ist das vorletzte Blatt. Und das andere, was zuletzt gewachsen war, das ist dies hier. Das war ja grün. Und dieses Mal kommt tatsächlich wieder eine panaschierte Form hinterher. Also hier tatsächlich im Wechsel. Mal grün, mal panaschiert, mal grün, mal panaschiert. Das ist eine coole Sache. Vor allem ist jedes Mal eine Überraschung, weil jedes Blatt sieht tatsächlich anders aus. Das ist also richtig cool. So, dann kommen wir jetzt zu der Mama. Die steht nämlich hier. Die hat ein bisschen Probleme mit den Blättern. Die, ja, wie soll ich sagen? Ich zeige es mal hier. Kann man es vielleicht erkennen. Da treten jetzt auch so ein paar Risse auf. Und hier eine sehr interessante Blattform. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und von daher müssen wir hier tatsächlich mal eingreifen. Das Scherzchen steht hier in der Selbstbewässerung. Es sind vier Pflanzen tatsächlich drin. Jetzt weiß ich allerdings nicht, von welcher Pflanze wir damals die Variatorform herausbekommen haben. Das kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ist das die eine. Eine von den Vieren ist die Mama hier. Ja, der Topf ist zu klein geworden. Definitiv. Das heißt, wir werden sie gleich gemeinsam rausnehmen und umpflanzen. So, dann mache ich mir jetzt aber erstmal einen Gedanken in Ruhe zu. Und dann gucken wir mal, wie es dann damit gleich weitergeht. Ja, ist schon cool, ne? Richtig cool. Die Variator. Von dieses gelblich-weiß, ne? Also nicht komplett weiß in dem Sinne, sondern gelblich-weiß. Das ist richtig schön. Okay. Es geht gleich weiter. Bevor wir jetzt anfangen, schauen wir uns das Ganze nochmal rundherum an. Wer weiß, wie sie gleich aussehen wird, nachdem ich sie dann hier rausgeholt habe. Richtig hübsch gewachsen, muss ich sagen. Also auch kräftig. Wenn ihr überlegt, war damals so klein gewesen. Also, dass das echt so eine Riesenpflanze wird, habe ich nicht mit gerechnet damals. Aber okay, das nehmen wir einfach so mit. Nur, wie gesagt, jetzt diese Blattformveränderung, das gefällt mir nicht so. Kann auch sein, dass hier tatsächlich auch Nährstoffmangel vorherrscht. Aber wir haben das hier in der Selbstbewässerung. Ich ziehe es mal eben raus. Also Wurzeln kommen unten noch nicht raus. Von daher sollte wohl eigentlich genug drin sein. Werden gleich mal nachmessen. Allerdings muss ich das jetzt erst ein bisschen umbauen hier, weil das ist jetzt vom Handling her nicht so einfach, ne? Von daher baue ich das mal eben um. Wie ich mir denke, dass es gleich klappen könnte. Okay, gut. So machen wir das. Ich muss gestehen, ein bisschen nervös bin ich schon. Weil sie so zerbrechlich sind. Das ist immer so das Ding. Pass mal auf. Wir werden es jetzt einfach machen. Nicht lange lachen. Einfach mal machen. Weiß Bescheid. Messen tun wir gleich. Oh, oh, oh. Da bin ich jetzt aber echt mal gespannt, wie uns das gelingen wird. Jetzt versuche ich mal zwei hier festzuhalten. Drücke ich mal eben von unten, wenn das ein bisschen geht. Kleines bisschen. Kleines bisschen geht, ja. So. Dann stellen wir das mal hin und ziehen einfach mal beherzt. Das Ganze heraus. Oh ja, also, Tatsache. Der Topf ist zu klein geworden. Das steht definitiv fest. Ich stelle mal eben rein und gucke mal, ob das so passt hier. Ja, machen wir ein ganz kleines bisschen. Pack mal unten rein. Ich bin gerade überlegen, ob ich doch einen größeren Topf nehme. Ähm, nee, das reicht aus. Wir haben ungefähr, ja, Pi mal Daumen, zweieinhalb Zentimeter rundherum oder zwei Zentimeter. Nee, das reicht. Pass mal auf. Bisschen unten rein. Nicht zu viel auf einmal. Kennen wir ja schon, ne? Okay. So, das passt. Wunderbar. Och. Das ging doch jetzt einfacher. Oder geht einfach. Nicht, ging. Es geht ja, ne? Es ging nicht. Es geht. Hast Bescheid. Es geht einfacher als gedacht. So, siehst du wohl. Dann befüllen wir das Ganze jetzt rundherum. Hier können wir tatsächlich auch das Ganze wieder ein bisschen tiefer setzen. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. So, ich fülle jetzt rundherum erstmal ein bisschen ein. Damit der mir nicht auf eine Seite rutscht. Damit wir rundherum also auch gleichmäßig viel Substrat drin haben. Oh, das ist jetzt aber mal easy. So, ich hatte so eine Bammel vorhin gehabt. Du, ich sag's dir. So eine Bammel gehabt. So, einmal drehen. Guck mal, steht ja schon so ein bisschen. Ein bisschen steht ja schon. Gucken, ob es da gleich gerade steht. Och, das ist ja cool. Siehst du wohl. Geht doch einfacher als gedacht. Manchmal macht man sich Sorgen, wo gar nicht notwendig ist, ne? Einfach mal machen. Und dann läuft das schon. So, von der anderen Seite nochmal. Ich bin jetzt nicht zu viel auf eine Seite. Ja, das passt noch. Siehst du wohl. Wunderbar. Wunderwunderbar. Oh Mann. So, ich bin mal gespannt gleich, was im Wasser tatsächlich drin ist, ne? Da bin ich echt gespannt drauf. So, wie es aussieht, müsste es ja eigentlich zu wenig sein, ne? Also ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, ne? Aber wir wissen ja, Theorie und Praxis sind immer zwei verschiedene Sachen. Von daher. So, haben wir hier nochmal gucken können. Vielleicht könnte ich auch im unteren Bereich die Blätter nochmal wegnehmen. Sollte ich das mal machen, warte mal. Pass mal auf, ich mache das hier. Die, die jetzt hier zu viel sind, die knacke ich einfach ab. Einmal. Okay. Hier rein. Und, dass ich da so ein bisschen auch Stamm sehen kann in dem Sinne. So, den noch, den noch hier. Ja, so ist halt okay. Bist du wohl, ne? Ah, ich sag's ja, du. Auch hier könnte man jetzt noch diese Zebrakraut mit reinpflanzen. Das Problem, aber Problem ist es nicht, wenn man sie dann wieder umtopft, einmal komplett zurückschneiden, das Zebrakraut ist auch gut, ne? Ist nicht so das Problem. So, okay. Das haben wir jetzt soweit fertig. Hier werden wir jetzt durchgießen. Die lege ich mal just an die Seite. Ne, noch nicht. Halt, 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 halt. Erstmal messen, was hier Sache ist, ne? Dass wir da auf der sicheren Seite sind. Auch geht eigentlich 1200. 1200, ja. Ne, weiß Bescheid. Denke, das ist okay. Könnte vielleicht sogar ein bisschen mehr werden, in dem Sinne. Sagen wir auf. Wir gießen also tatsächlich bei 1000 Mikrosiemens das Ganze durch hier. Spülen es durch, ne? Wie wir das schon kennen. Okay. Also dann, ja, es ist also, er war zu sehr beengt. Das war Tatsache so gewesen, ne? Aber es heißt eher, es sind ja mehrere, ne? Von daher, da hinten auch mal durchspülen. Es sind ja mehrere. Und die unterdrücken sich natürlich auch so ein bisschen. Dann ist ganz klarer Fall, ne? So, ordentlich durchspülen das Ganze. So, warum habe ich jetzt hier kein Perlid unten reingepackt? Ganz einfach, weil mir das eine zu große Ampelei gewesen wäre. Von daher, weil es läuft ja mit dem Volkatec-Aktin-Premium-Substrat. Gemischt mit dem Ceramis. Drei Teile Volkatec, ein Teil Ceramis. Läuft sehr genial. Und Sinn und Zweck der Sache, was wir so machen bei dem Perlid, ist ja erstmal, um zu gucken, wie reagieren die Pflanzen drauf, ne? Vor allem, dass wir dann, wenn wir große Gefäße haben, später dann auch mehr Perlid mit reinpacken können, damit die nicht ganz so schwer werden, ne? Siehst du wohl? So, ja, wunderbar. Hat doch alles geklappt. Kommen wir jetzt nochmal zu der variegierten Form, die selbstständig entstanden ist hier von einer der Pflanzen, die hier drin stehen jetzt, ne? So, wir haben sie ja bereits in der Vermehrung, hatte ich ja vorhin schon erzählt am Anfang. Wir hatten schon ein variegiertes Blatt hier drin. Das ging damals so ein bisschen kaputt, das hatte Probleme gehabt. Dann habe ich es abgenommen und habe es dann tatsächlich zur Vermehrung schon mal herangezogen. Hier sehen wir, ähm, Moment, hier sehen wir das Blatt mit Stiel. Das haben wir einfach hier reingesteckt, ne? Und Tatsache, ja, es sind schon Babys rausgewachsen, aber momentan sind die Blätter noch grün. So, und den Rest, den wir dort abgeschnitten haben von dem Blatt, das haben wir damals hier reingesteckt. Und auch das läuft richtig gut. Hier haben wir sogar, außer grüne Blätter tatsächlich auch, ich muss das mal eben drehen, warte mal, eine Alba-Form, also keine Variegata. Sondern eine Alba, das wird man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen können. Dort, wo der Weißanteil ist, so kommen so weiße Blätter raus, ne? Müssen wir weiter beobachten, wie sich das entwickelt, aber auf jeden Fall sehr interessant. Vor allen Dingen interessant wird, ob dann tatsächlich noch variierte Formen herauskommen. Das sehen wir ja später, denn auch hier bei der Pflanze, bei der Mutterpflanze in dem Sinne dann, haben wir grüne Blätter auch, ne? Anfangs sowieso grün gehabt und dann kam so eine ganz leichte Sprenkelung und irgendwann kam dann das variierte Blatt, was wir jetzt in der Vermehrung haben. Und dann kam wieder grünes und dann wieder ein variiertes, dann kam wieder ein grünes und jetzt kommt wieder ein variiertes Blatt heraus. Das ist schon mal eine richtig coole Sache, auch für die Pflanze selber. Dann geht es der auch besser, wenn sie mehr grüne Blätter hat, als wenn sie jetzt nur variierte hat oder ganz weiße, so was wir jetzt halt auf der rechten Seite sehen können. Von daher ist das schon gut gelaufen, muss ich sagen, aber nach wie vor müssen wir abwarten, wie es damit weitergeht. Denn es wäre schon schön, wenn wir tatsächlich diese Pflanze hier in Erscheinung auch vermehren könnten. Das wäre eine richtig coole Sache. Also, dass wir im Prinzip Babys bekommen, die genauso aussehen. Das meinte ich damit eigentlich, ne? So, und dann kommen wir jetzt ganz kurz zu der Peperomia Optusifolia hier in der Wasserkultur. Damit das ein bisschen schicker wird, machen wir das jetzt mal. Dann kommen wir jetzt zu der Optusifolia. Das läuft nämlich wirklich wunderbar in der Wasserkultur. Da werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch einiges erleben werden, mit Sicherheit. So, hör mal auf. Das sieht nämlich jetzt nicht so hübsch aus mit dem Becherchen, ne? Und das könnte auch schnell umfallen, weil das nicht wirklich Stabilität hat. Wollen wir mal ein bisschen drehen. Ich habe mir eine kleine Vase besorgt. Siehst du wohl, guck mal. Sticht schön weiß, ne? Richtig cool. So, die kommt jetzt da rein. Wir haben hier bei 200 Mikrosiemens gedüngt damals. Ich habe nochmal nachgemessen. Wir haben knapp 100 drin. Das heißt, ich habe mal reines Wasser einfach hinterher gegossen. Manchmal mache ich das einfach so. So, hier haben wir jetzt 300 Mikrosiemens drin. Ich hoffe, es reicht. Ja, könnte einen kleinen Schluck noch. Pass mal auf. Einen kleinen Schluck könnte er noch gebrauchen. Ja, er muss noch einen Schluck haben. Pass mal auf. Dann muss ich jetzt aber reines Wasser hinterhergießen. Dann kann man es halt ein bisschen weniger. Aber das ist jetzt nicht ganz so viel. Pass mal auf. Aber es ist halt, ne? Jetzt noch mehr Benährstoff kann ich nicht hinterhergießen, sonst wird das zu viel. Pass mal auf. Eins, zwei, drei. So, dann kommt das Schätzchen jetzt da rein. Wurzeln sehen nach wie vor richtig gut aus. Das ist so eine coole Sache. Richtig genial. Siehst du, guck mal. Wie hübsch das ist. Und tun wir den hässlichen Bechern mal an die Seite. Das ist doch schön, ne? Wirklich wunderschön. Man könnte diese Vase auch noch ein bisschen kreieren selber, weil die so eine schöne Musterung, also Vertiefung hat. Die könnte man auch farblich gestalten tatsächlich auch. Aber das lasse ich, ne? Das, ähm, erstmal, weiß Bescheid. Wir haben genug zu tun hier. Och, das ist doch cool, ne? Siehst du wohl. Ja, und hier mit diesen Albers, also da ist es jetzt auch, ob die überlebensfähig sind, das ist natürlich eine andere Frage, ne? In der Regel sterben die ja, die Albers. Naja, vielleicht haben wir ja Glück, es kommt bei den Grünen tatsächlich noch eine panaschierte Form hinterher. Das war bei der Mutter damals ja genauso gewesen. Die war anfangs ja auch grün und dann kam so eine Sprenkelung erst, ne? Und dachte, das wäre eine Krankheit oder so. Und dann plötzlich kam dieses wunderschöne Blatt, was wir jetzt zerlegt haben. Ja, siehst du, ach, das ist doch hübsch, ne? Sieht doch gut aus. Aber ich glaube schon, man könnte diese Vertiefung tatsächlich ein bisschen farblich gestalten. Ich überlege mir da mal was. Man könnte das auch komplett anstreichen und dann mit einem ganz feinen Schmiergelpapier die Rillen, ich glaube, das kann man jetzt nicht so, doch ein bisschen kann man es erkennen, ne? Die Rillen, die hier gegeben sind, nachschleift, ne? Also, dass man mit einem Schleifpapier einfach so drüber streicht und dann kommt das Weiß ja wieder zum Vorschein. Das habe ich damals mit Holz mal gemacht. Und das wäre eine coole Sache. Welche Farbe nehmen wir denn dafür? Was sagst du dazu? Was wäre deine Farbgebung? Zum Abschluss gucken wir uns nochmal hier ein kleines bisschen um, nicht viel. Das meiste haben wir ja gestern gesehen. Was ich vergessen hatte zu erzählen, hinten in der Ecke siehst du diese lange Stange, die da ist. Das ist unsere Palme. Die bekommt ein neues Blatt. Und es wird tatsächlich wieder größer als die vorherigen Blätter. Das ist übrigens auch ein Starkzehrer auf jeden Fall. Ja, das, ach wie heißt sie denn jetzt? Weiß Bescheid. Schlangenfruchtpalme. Schlangenfruchtpalme. Genau. Achso, das war die Banane. Das neue Blatt ist richtig schön herausgewachsen und es kommt auch bald schon das nächste wieder hinterher. Hier hatten wir schon ein paar Blätter abgeschnitten. So, und das ist jetzt die andere Banane. Da werden wir heute auch ein bisschen eingreifen, weil das mir einfach zu groß wird. Und von daher nehmen wir auch hier mal ein paar Blätter ab. Die kommen ja nach draußen. Ist jetzt nicht mehr ganz so lange. Was haben wir jetzt? März, fast Mitte März noch nicht ganz. Also zweieinhalb Monate ungefähr noch. Und da kommen sie nach draußen, die großen Klamotten. Und von daher, nochmal gucken, wie das funktioniert. Das Coolste ist ja überhaupt, dass die in so einem kleinen Topf stehen. Da wird das Einpflanzen natürlich richtig genial. Und ich habe mir überlegt, tatsächlich sie ins Hochbeet zu pflanzen. Weil, da kriege ich sie dann auch wieder raus zum Herbst. Denn wenn ich sie in die Erde pflanze, bei uns das geht nämlich nicht so gut, weil wir Lehmboden haben. Und zum anderen habe ich auch keinen großartigen Platz in dem Sinne. Und von daher ist das schon eine coole Sache, das Ganze ins Hochbeet zu pflanzen. Ich muss auch gucken, wie es läuft. Weil wir haben hier starke Winde bei uns. Wir leben hier im Tal. Zwei Bergketten im Prinzip. Und wir sind unten im Tal. Und wenn es mal richtig stürmt, dann zieht der Wind durch das Tal durch. An den Bergketten vorbei. Ja, und dann geht hier echt die Post manchmal ab. Und von daher muss ich gucken, ob es klappt oder nicht klappt. Versuch, mach klug, wie wir wissen. Und von daher wollen wir mal sehen. Ich könnte ja auch die Hochbeete nehmen, die gleich hier am Anfang des Gartens sind. Könnte ich eigentlich machen, ne? Hört mal auf. Was auch cool ist, wir haben hier verschiedene Lampen. Diese 36 Watt LED-Lampen, Pflanzenlampen. Das Coolste ist, beim Filmen jetzt, kann ich die variieren. Jetzt habe ich diese hier nämlich ausgemacht, sonst wäre das hier nämlich viel zu hell gewesen. Hört mal auf. Ich zeige das mal eben. So, siehst du wohl, ne? Das ist schon eine coole Sache. Da kannst du dir richtig gut beihelfen, wenn du filmst, ne? Kannst du eine ausmachen, dann hast du den Hintergrund, die ganz so hell. Auch eine richtig coole Sache. Ganz nebenbei mal bei diesen Lampen so mitgenommen. So, okay. Dann haben wir es heute. Weißt Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Und ich denke, wir werden im Laufe des Jahres noch einiges mitnehmen, was sich auch verändern wird in dem Sinne. Das, was wir letztes Jahr im Prinzip so angefangen sind. Das wird sich nach und nach weiterentwickeln. Und wir werden sehen, was sich dann tatsächlich entwickelt. Wie wir das jetzt auch bei der Peperomia gesehen haben. Tatsächlich mag sie auch wirklich mehr Nährstoffe. Und sie mag keinen engen Topf. Also sie mag nicht eng drinstehen mit den Wurzeln. Sagen wir es mal so, ne? Dann fängt sie tatsächlich an rumzuzicken. Gut, dass wir das heute schon mal so mitnehmen konnten. Ja, ansonsten, ich wollte noch ein paar andere Sachen zeigen. Aber das wird dann jetzt doch zu viel. Heute ist Sonntag. Und ich mache jetzt Feierabend. Ein bisschen die Ruhe antun. Och, das ist so schön, ey. So, pass mal auf. Aber das sage ich ja jedes Mal. Das weißt du, ne? Es ist aber nun mal so. Es ist einfach schön. Richtig schön anzusehen. Ehrlich gesagt, das macht drin sogar viel mehr Spaß als draußen. Also mir jetzt. Weil ich kann mich körperlich nicht wirklich anstrengen. Und von daher ist das hier für mich natürlich wesentlich einfacher. Ja, das ist übrigens die japanische Faserbanane. Richtig, genau. Und die haben wir schon ein paar Jahre. Die war damals in einem ganz, ganz kleinen Topf. Und wir haben sie immer wieder rausgeholt. Damals noch in Kokoserde. Haben sie rausgeholt aus dem kleinen Topf. So ein Orchideentopf, ein durchsichtiger war das. Wenn der Wurzelraum durchwurzelt war, haben die Wurzeln zurückgeschnitten. Und haben die Pflanze wieder in den gleichen Topf eingepflanzt. Und das haben wir also wirklich lange, lange Zeit gemacht. Bis ich irgendwann mal gesagt habe, komm, du bekommst jetzt einen größeren Topf. Lachst dich kaputt. Größeren Topf, ne? Ja. Ja. Es ist halt groß. Pass auf. Ich zeige es nochmal für den, der es noch nicht gesehen hat. Ne, die kriege ich ja gar nicht so. Oder kriege ich die doch mal hochgehoben? Zieh mal vorsichtig dran hier. Guck mal, ob ich mit den Blättern nicht abbreche. Kann man so sehen? Kann man sehen? Ja, ne? Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann nicht. Das ist schon heftig, ne? Dass die Bananen in so kleinen Töpfen wachsen können. Das ist echt der Hammer. Könnte ich die mal ein bisschen drehen hier? So. Ne. Nicht zu nah an der Mango. Oder immer weiter doch so. Bleib mal auf. Okay. Muss ich gleich mal gucken. So. Jetzt aber. Ciao, ciao. Reicht für heute.